1934 gegründet, 1962 Aufstieg in die Nazian, 5 Mal Schweizer Meister. Und jetzt soll alles fertig sein, unmöglich. Das Zürcher Unterland ohne Klotenflyers, unvorstellbar. Es ist nicht einfach, wie der letzte Tag. Habe keine Welt ohne euch, wo alles weint so schläg. Es droht an Absturz, es droht an Pleiten. Aber ich sage euch deutlich, jetzt müssen wir fighten. Kommst du denn jetzt an? Setzen Zeichen und kämpfen hart. Für unsere Flyers, WHC Kloten, das ist es wert. Vier Jahre lang Meister, ich weiss noch gut. Wo wir mit den 90ern ganz vorne gestanden sind. Händ ihr Pokal geholt, händ mit euch mitgejolt. Händ uns gefreut, wie kleine Kinder. Jetzt ist das alles weg. Uns bleibt fast nichts mehr. Aus das Klotenherz, aber genau das braucht es jetzt. Um Kloten zu retten, es wär Sonnenschmerz. Schon wie ein schlechter Scherz. Wir stehen zusammen für Kloten. Denn das muss doch wieder gehen. Wir stehen zusammen für Kloten. Wir wollen die Flyers nicht lassen. Wir wollen es, dass es wieder geht. Seit über 20 Jahren kommentiere ich für Radio 24 das Spiel von Kloten. Auch am 10. März bei der 2-3-Niederlage gegen den SC Bern und dem Saisonende. Es ist unvorstellbar, dass das der letzte Match in Kloten der Nazi-A war. Es muss einfach weiter gehen. Heute zusammen, das ist der Simon Bodenmann von den Kloten Flyers. In diesen Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Gehen auf unsere Homepage flyersforever.ch. Hey zusammen, ich bin Erik Blum von den Kloten Flyers. Ich komme mal einen riesen Dank aussprechen an alle Fans, alle Helfen, Sponsoren, die uns unterstützt haben. Und in diesen Zeiten mit uns zusammenstehen und am gleichen Streckzeit. Messe vielmals. Wir stehen zusammen für Kloten, denn das muss doch weiter gehen. Wir stehen zusammen für Kloten, wir wollen die Flyers nicht lassen gehen. Wir haben so viel zusammen Erlebtes gehabt. Wir haben so viel Knie getan. Wie ein Tag, drum darf doch eines enden sein. Wir kämpfen, es ist eine Pflicht. Es ist eine Pflicht. Es ist eine Pflicht. Sagen es allen, es ist eine Pflicht. Pflicht, Pflicht, Pflicht. Ja, es ist eine Pflicht. Es ist eine Pflicht. Sagen es allen über Facebook, Twitter, von mir aus per Fax. Es ist eine Pflicht. Jetzt muss es etwas gehen, es ist eine Pflicht. Wir sind doch nicht wie Thomas. Thomas. Wir sind zusammen für Kloten, dann das muss doch wieder gehen. Wir stehen zusammen für Kloten, wir wollen Freies nicht herkommen. Wir haben so viel zusammen Erlebtes gehabt. Wir haben so viel Knie getan. Wir haben so viele Knie getan. Wir haben so viele Knie getan. Wir haben so viele Knie getan. Darum darf doch das nicht sein. Wir kämpfen, wir haben so vieles Gefühl. Wir kämpfen. Es ist eine Pflicht. Es ist eine Pflicht. Es ist eine Pflicht. Es ist eine Pflicht, oh ja, es ist eine Pflicht. Es ist eine Pflicht. Pflicht, 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 Pflicht.